Bubble deep. Können wir nochmal schlafen gehen? Oder darf ich den Regen komplett ausschalten? Nein. Okay, dann gehen wir schlafen. Nein. Komm, Centus, komm. Nein. Komm, Centus, Bus bauen. Aua. Komm, Centus, Bus bauen. Na, Centus, hast du Bus gebaut mit mir? Oh. Darum fehlt das, wusste ich schon immer. Ja, mit dir immer, Centus. Nee. Sigi. Boah, vor allem wieder ein paar Stacks verschiedene Glas, ne? So, mein Freund, hau mal da Wasser rein. Aber Mushroom-Spawner, ne? Als Spawn-Egg? Ja, bitte nicht, äh, da ist, ich hab das oben in die Kiste getan. Da einfach nur mit in die Kiste rein tun. Ach, sehr ruhig. Weil dich da ein Gehege rausbauen wird hinten noch oder so. Oder vergrößern etwas. Ach, wir haben ja so viel Essen, lol. Ja, lol. Lololololol. Was ist das? Was ist das? Better Enchartment. Nein, das hier. Ja, wo bist du denn? Hier hinten. Ohninteressant, steht da. Ähm, den nehm ich mal weg, den nehm ich mal weg, den, 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 den brauchen wir nicht. Äh, Flop mit Water. Hier du Penis, das hier. Warte, 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 Ethanol. Guck. Alter, das. Ich geh weg. Ich weiß nicht, was das ist. Was ist das? Keine Ahnung. Ich will's nicht wissen. Keine Ahnung. Das ist echt. Tatari-Enchant. Och, nö. Spiel, ernsthaft? Abgeschmiert? Nein, ich dachte, das würde da wieder hingehen. Tatari-Enchant, aber was ist das denn? Keine Ahnung, jetzt weißt du es oder so. Äh, ja. WTF? WTF, Seth? Fäschchen, schi-hi-hi-hi-hi. Mal gucken. Einmal? Hier fäschchen zieht zwei. White stone. Zweimal. Kahneein. White stone. Chisel damit auch in Schaden. Unbreaking 1. Häh, bin die Schisse. Nein, ich blau stone. Wie der Eimer bei dem Liquid Glows dann einfach andersrum wird, ne? Ja, Pech gehabt. Total geil. Äh, Ethanol. Voll im Picks vorne. Alle, ne? Ja, ja. Meinst du, dass er gleich abgeht? Ich guck mal, was man aus Fleisch rauskriegen kann, ob man da was wieder rausbauen kann. So, aber gleich haben wir genug. Oder, wie du gebraten hast. Chicken. Und das. Und das. Äh, Feder. Sollte das noch Paddy sein eigentlich? Aber es steht immer noch 91% bei Pay2Win. Nee. Guck, kann man irgendwo bestimmt noch wasen. Wasser und Nitrar nachher. Hm? Nee, nee, alles gut. Alles gut. Alles gut, Zendos. Ja, aber warum steht da immer noch? Äh, weil du welche wiederholen kannst. Weswegen? Äh, hier die eine, die eine, äh, mit dem, was du da aufgestellt hast, was wir nicht wussten, geht nach einem Tag wieder. Die Cookie Quest geht nach einem Tag wieder. Diese Orbs gehen nach einem Tag wieder. Classic Enchantic geht nach einem Tag wieder. Ja, aber trotzdem hätte man machen können, dass man das geschlossen ist dann. Nee, 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 nee. Ja, aber zumindest, dass da 100% steht, aber dass man die trotzdem weitermachen kann. So meine ich das jetzt. Naja, weil da ist das Ganze immer... Ja, und, ähm, du hast bei der einen Quest auf Bricks bekommen, ne? Ähm, Colored Bricks? Ja, die... Ja. Tu mal die, diese Colored Bricks einfach mal da, hier gerade in die Kiste, wo ich gerade dran bin. Die nehme ich auseinander, mach die kaputt. Weil die brauchen wir ja, glaube ich, nicht irgendwie zum Bauern, tipp ich mal. Äh. Und dann machen wir da einfach, mach ich das Zeug da fertig. Toll, wo soll ich jetzt dieses Zeug für die, für die von der Library hin tun? Haben die unten noch ne Kiste? Ich glaube unten in der Kiste, die wir da noch haben. Die ist gleich voll. Ja. Warte, ich mach ne neue. Hier, ich mach ne neue. Ich mach zwei Kisten einfach. Komm her. So. Ja, ich tu hier trotzdem was, ich mach mal rein. Zwei neue. Das ist ja nicht. Golden Edge of Glass. Ach, zwei Eimer halt noch. Felspanel. Versch... ähm, geschirrte Glass. Oh mein Gott, warum so viele verschiedene Steinsorten? Warte, kommen wir jetzt eigentlich runter? Immer noch nicht. Komisch. Was haben wir eigentlich in den Quickback an? I don't know. So, toll. Scheiße nur. Wer noch? Oh, scheiße. Ja, ich glaube wir müssen hier oben irgendeine bestimmte Quest fertig machen. Ach, man, warum bekommt man so viel Scheiße? Ähm, wo ist denn die Diskette? Wo hab ich die denn hingetan? Da. Zehn Milliarden verschiedene Holzsorten. In unser ME-System rein. Was hast du jetzt alles in das ME-System reingeworfen oder was? Nein, die ME-Storage. Ja, aber was hast du denn mit den ganzen Items getan? Hast du die irgendwo hingeschmissen? Sind noch gerade mal ein Beutel drin. Ich schmeiß die ins ME-System. Ist glaube ich besser, ne? Ja. Dafür müssen wir das aber einschalten dann kurz. Äh, ja. Aber das sollte ja so funktionieren jetzt, ne? Ja, normal schon. Komm rein. Spar auf, krass. Ja, da muss jetzt mein Kabel noch an. Äh, das ist glaube ich hier in der Kiste. Was ist das? Die hier sind in der Kiste, das ist was. Da hab ich die mal reingetan. Weil die mal im System waren, warum auch immer. Jetzt brauch mal zwei Kabel. Aber der bleibt dauerhaft an, das ist das Problem. Ah, ja. Äh, warum? Ach jetzt. Schnell alles reinschmeißen. Ich tu dann die Burks auch mit rein, ne? Äh, ja. Ich schmeiß ja eben alles rein, was wir noch hier haben. Was ist das für ein Platz auch besser? Reicht der Strom nicht? Ähm. Hm? Reicht der Strom da gerade nicht? Scheint so, ja. Ich versuche ganz schnell alles noch reinzuwerfen. Und diese komischen Scheißsteine irgendwo verschwinden. Der Strom. Weg hierher. Ich hab das Kabel einfach wieder. So. Also so. Wollte gerade schon wechseln. Ähm. Ja, verschiedene Holzsort, ne? Wird ein Chant. Gott. Äh. Wie soll das denn funktionieren? Dass das Strom sparend ist. Keine Ahnung. Auto-anvil. Okay. Das brauche ich noch. Das brauche ich noch. Einfach hier irgendwo reinwerfen. Wird schon passen. Ah, das haben wir hier unten. Cookies. 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 So. Ich glaube, die sind generell gerade leer geworden. Schade, dass du das Ding nicht gucken kannst, wie viel da drin ist. Ja, wenn du die abbaust, mehr auch nicht. Ja, die du haben es, ne? Hattest du alles reingeworfen? Hä? Hattest du alles reingeworfen? An XP'en? Nö. Warum nicht? Was habe ich denn noch bei mir? Ja, dann hier unten tue ich gerade die XP rein. Hast du nicht so viel XP-Dinger bekommen? Ja, nervt doch gerade. Ich bin so... Nervt, nervt. Ist der voll? Ne. Die ist nicht voll. Ach, ja, lol. Dumm kann nicht nur sein. So. Meinst du dumm, wie du immer bist? Nja, ich bin zur Platte. Dank, 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 dank. Zehn Kronz noch. Ja, das ist aber nur eine Wattanzahl, was es dafür gibt's. Da mach doch da einen Hebel dran, du müsstest eigentlich funktionieren. Ich glaube, das hat er schon mal probiert und das nicht. Weiß ich da natürlich nicht. Wo hat die andere denn nichts? Wir hätten ja noch eine... ...Stoge bekommen. Dungeon. Ja. Da oben ist Sponger schon wieder Monster drauf. Tschüss. Wie immer. Zombies kommen, Zombies kommen. Oh, ich hab nix zum Abwehren, ne. Ich hab keine Waffe. Ich hab nur Waffen. Ich hab das Ding jetzt erstmal weggemacht. Ich hab keine Waffen. Ich aber. Ja, da musst du oben nur einmal entleuchten. Oder eher hellen. Sag mal so. Ja. Ah, Tanks. Aber grad nicht. Dungeon. Ähm. Fisch Mittels. Diamond Tors. Meine Güte. Null Prozent Zellen. Pointer. Ah ja. Ja, total. Manche Dinge sind total schwachsinn, was man da bekommen hat. Ja. Naja. Endcentros, wo bist du? Oben. Auto-anvil. Ich will mich nicht bewegen. Ui. Findest du lustig, ne? Ja, das find ich schon lustig. Du glaubt mir das bald, das find ich lustig, du. Passt. Einige Zeit. Was hast du gesagt? Spaß. Sporsti. Haben dich's gesagt. Sporsti gesagt. Unsere Truhen sind total sortiert. Ja, wie immer. Spann ja gewesen. Das kann alles mit. Ach, hier ist noch ein Bienen-Hive. Nehm ich auch mit. Ja. Was wollen wir eigentlich mit der Sitzlinge nix zu machen? Äh, Sitzlinge reintun? Ja, toll. Mach mir doch eh nix mit. Hm, kann ich aber machen. Alter, du bist behindert. Wieso? Ich fall nicht auf den Dreck rein. Was denn? Jetzt mich noch ein Stück zu bewegen. Alter, mir wird gleich schlecht. Ja. Alter, wie lange geht das denn noch? Drei Sekunden. Boah, ich muss echt kotzen, wirklich. Weil ich alle eben genommen hab. Ich war kurz davor, Alter. Aber wirklich. So, die sind auch alle weg. Ach ja, so. Braucht die Dinger nämlich nicht. Welche? Motion. Ne, brauchst du auch nicht. Nässiger Vogel waren hier drin. Uh, ein schöner Mensch, denke ich mal gesehen. Hey, wo waren jetzt die Bücher? Spacken. Hä? Ne.